Ich hab's da draußen noch springen sehen und dachte mir so, ja komm, jetzt machst du ganz kurz Pause und so schlimm kannst du nicht sein, aber holy, der hat das ganze, der hat das ganze Feld gerippt, komplett bis zum geht nicht mehr. Gibt's echt nicht. Ich mach da, nee, ich mach das jetzt nicht neu, wir machen das jetzt nicht neu. Das, ähm, nee, 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 das, äh, das machen wir jetzt nicht. Äh, so, ich mach mal noch eine Schaufel. Wir machen noch eine dritte Schaufel. Das gibt's gar nicht. Wie kann man denn so, also, ich hab's euch in der letzten Aufnahme, hab ich's gesagt, oder in den Aufnahmen auch davor, dass mich das einfach, dass mich das wirklich Jahre meines Lebens kosten wird und ich wusste es einfach und jetzt kommt das, jetzt kommen hier diese Hühner an und sorgen genau dafür, die sorgen wirklich genau dafür, ich krieg echt, also, da krieg ich so einen Hals, da krieg ich so einen Hals. So, können wir Brickspawn? Nee, können wir nicht. Können wir noch nicht. Irgendwann wird's kommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Cleanstone noch. Dass irgendwo noch da reinkommt und wir können mal ganz kurz einmal Leitern bauen. Können wir denn schon, also, ich weiß nicht, ob wir Leitern bauen können, deswegen die Frage, oh, wir können, eine Leiter! Gut, wir können Trick 17 hier noch nutzen. Das ist das Gute an der Sache. Wir können uns jetzt quasi runterbauen und können einfach hier eine Leiter hinpacken. Das wäre ja auch einfach viel zu gut. So, machen wir jetzt, zack. So, und jetzt dürfen wir hier ran springen können, genau. Das ist Trick 17 und das funktioniert auch sehr gut. Wir machen das dann auch nur drei hoch hier. Die Frage ist allerdings, machen wir das... Ich überlege gerade, ob wir es quasi größer machen als das Haus. Dann würde ich noch einen runtergehen, damit wir noch eine Decke reinziehen können. Ich glaube, das wäre noch ganz sinnvoll. Ich habe übrigens auch, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erzählt, ich habe mich wieder daran probiert, Dexter Packs zu installieren. Allerdings, ich habe auch was gefunden, was auch angeblich kompatibel sein soll mit dieser Version. Allerdings ist das Problem, dass, wenn ich mit dem neuen Launcher halt Minecraft starte, dann aktualisiert ja immer die JAR-Datei. Und wir haben ja hier in dieser Version noch nicht die Möglichkeit, Texturen so zu installieren. Das bedeutet, ich muss die halt in diese JAR-Datei reinpacken. Und da, wie schon gesagt, ist das Problem, dass da leider der Minecraft-Launcher jedes Mal diese Datei ersetzt. Das heißt, die Sachen sind dann immer wieder auf Null zurückgesetzt. Da müssen wir warten bis zur übernächsten Version, glaube ich. Ich kann noch mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe auf jeden Fall schon kompatible Texturen gefunden. Kompla... Hallo, 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 hallo. Reden können ist auch heutzutage einfach eine Kunst. Ich habe auf jeden Fall kompatible Texturen gefunden, Texturen-Packs gefunden. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die dann halt... Ah, hier sind wir noch nicht. Da, da. Ich mache erst mal Hausgröße. Müssen wir halt nur gucken, dass ich die dann auch zum Laufen kriege. Auf jeden Fall dann ab der Version 1, 2, 2 haben wir dann auf jeden Fall Texturen. Da habe ich auch zwei Texturen-Packs, die anscheinend funktionieren. Da schauen wir dann mal, welche von beiden wir dann aneinander nehmen. Das können wir dann ja auch spontan entscheiden. So, weil ich gerade auch sehe, dass wir Holz bauen für die ganzen Kisten. Ich weiß noch nicht, wo wir Holz... Wo wir hier... Oh, stimmt, wir haben hier gar nicht so breit gemacht. Ähm, wo wir... Dingstechnisch... Ähm... Baumparmtechnisch hier das alles hinbaumen. Das muss ich mir noch mal überlegen. Ah, da habe ich sogar einen zu viel hier gemacht. Machen wir erst mal so. Wir können dann später da auch noch weiterbauen, weil wenn wir das halt sowieso größer machen als das Haus, was sinnvoll wäre, glaube ich, wenn ich das jetzt mir so angucke. Ansonsten wird das hier wirklich ein sehr kleiner Keller. Ähm... Da müssen wir noch mal schauen, wo wir das dann hinbauen. Und da ist halt auch die Frage, ob man das halt offen hinpackt oder ob man das quasi in den Berg und so reinpackt, dass man da so ein... Das dann so als Berg... Baumfarm quasi hat. Das finde ich eigentlich schon eine ganz geile Idee, muss ich sagen. Da müssen wir mal ein bisschen noch mal reinschauen, sag ich mal. Gut, ja. Theoretisch geht das jetzt hier noch ein bisschen weiter. Allerdings würde ich sagen, dass wir das ein bisschen größer machen. Weil das ist schon doch ein relativ kleiner Keller. Da können wir das auch noch dann später noch ein bisschen schöner aufbauen, wenn wir dann noch ein bisschen mehr Platz hier haben. Das wäre, glaube ich, schon ganz angenehm. Machen wir erst mal da noch mal einen hin. Und... Jetzt haben wir da zwei freigelassen. Da. Dann bauen wir da gleich noch was hin. So, wir sind auch schon wieder out of Schaufel. Das geht hier wirklich super schnell. Also die sind auf jeden Fall nicht so haltbar wie in späteren Versionen. Müsste mal nachzudenken, wie viele Blöcke das sind. Auf jeden Fall sind es zu wenig. Sind auf jeden Fall zu wenig. Da gehen die Sachen jetzt dann halt so schnell dahin. Und dadurch, dass wir auch noch keine Eisensachen haben, ist das halt alles noch mal belastender. Wir haben auch fast kein Holz mehr. Wir haben auch keine neuen gepflanzt, ne? Da drüben haben wir noch was. Da können wir gleich nochmal rüber gehen. Könnt da nochmal schauen. Wir werden natürlich auch später hier wieder waldmäßig ein bisschen was anpflanzen. Aber bis dahin dauert es noch einen ganz kleinen Ticken. Erstmal bauen wir jetzt noch eine Leiter hier. Zack. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Sachen hier. Ich baue tatsächlich mal drei Schaufeln nochmal. Das Ding kommt dann hier unten hin. Sehr gut. Wir bauen dann noch einen tiefer. Ich habe hier überall schon Fackeln hingesetzt, wo ich eigentlich weiß, dass ich die gleich wieder wegreißen werde. So, wir gucken jetzt nämlich mal, wie weit wir jetzt hier in die Richtung weiter können. Also es wäre dann so, dass hier Decke ist. Also hier nicht die Decke jetzt, sondern da drunter. Vielleicht machen wir hier auch komplett das den ganzen aus Cobblestone. In dem Fall muss ich gucken, bis wohin wir bauen können. Also theoretisch bis da. Gucken wir mal, wie groß das jetzt dann letztendlich ist. Das ist schon eine gute Größe dann. Also hier kann dann schon ein paar Tränen rein, da kann man dann schon mit arbeiten. Da kann man dann schon mit arbeiten. Und sie sollen da schon wieder die, also das ist echt krass, wie kaputt geht. So, dann packen wir da jetzt nochmal eine ran. Dann machen wir mal hier den. Ist nicht ganz symmetrisch jetzt hier in dem Sinne, aber das ist ja eigentlich egal. Das ist ja dann eigentlich egal. Machen wir hier nochmal was hin. Ich glaube, da können wir jetzt aber noch weiter wir sind noch nicht ganz so bei der Größe angekommen, die wir theoretisch haben könnten. Die Frage ist, brauchen wir es? Weil das ist jetzt so vom, ich sag mal so, letztendlich hätten wir hier wahrscheinlich mit dem auch so eine Größe gehabt. Wobei, nee, es ist schon größer. Ich glaube mal, wir machen hier wieder zu. Das kleine bisschen, das brauchen wir dann doch nicht. Ich werde übrigens noch Musik, also ich werde die Minecraft Musik erstmal anlassen. Das scheint so doch so zu sein, dass hier die Sachen doch ein bisschen mehr Zeit brauchen, ein bisschen dann wieder auftauchen. Gucken wir da eins hin und da nochmal. So, guck mal. Das ist doch was. Dann können wir den auch da hinpacken, dann ist das zwar nicht genau in der Leiter, aber das passt dann so schon. So, die Wände machen wir dann logischerweise hier aus Kobbel, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir nochmal, dass wir hier nochmal ein bisschen mit Holz arbeiten. Die Sache ist, so könnte das, glaube ich, passen. Wenn ich jetzt sage, guck ich mal jetzt da Holz rein, wenn man nur ein Dreier da Holz rein und da Holz rein. Das kann man auf jeden Fall machen. Da dann. Dann müsste man das ein bisschen, ah, das kriegt man aber schon hin. Das kriegen wir schon hin, so. Zack. Okay. Ich habe da so eine Idee, wie wir das mit ein bisschen noch hier, noch verschönern können, dass das noch nach, was ordentlichem aussieht, sage ich mal. Dann müssen wir auf jeden Fall erst mal das erst mal ausgraben. Und noch einen tiefer müssen wir dann noch. So, dann müssen wir gleich mal gucken mit dem Layout, wie wir das dann mit den Truhen dann machen, dass sie hier ordentlich drin stehen. Aber ich glaube, das dürfte auch ganz gut aufgehen. Problem ist nur, wir können da tun nicht genau nebeneinander stellen. Das ist das größere Problem, was wir jetzt haben in dieser Version hier. Geiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass hier die Truhen sich leider noch nicht so platzieren lassen, wie das in heutiger Zeit so ist. So, wieder eine da hin. So. Und da ist auch schon eine Bedingung, das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Doch, bei Roller. Haben wir jetzt aber auch erstmal wieder ein bisschen Erde hier, dann können wir unten direkt dann schon mal anfangen, theoretisch das alles ein bisschen zu ebnen. Alter, da haben wir jetzt dann wirklich viel Erde. Schon so ein paar Stacks. Dann können wir sehr gut arbeiten. Wir müssen ja hier den Boden auch noch dann nochmal rausreißen. Das, wo ich jetzt hier gerade baue, also das, was ich jetzt hier gerade wegbaue, das ist ja nicht der Boden. Also wir müssen ja noch einen tiefer, um da dann quasi auch noch auszubauen. Mal direkt gleich noch eine Spitzhacke brauchen hier. So. Oh, ich habe auch was zu erzählen hier. Ich war jetzt, ähm, ich will gerade auch mal ganz kurz einmal gucken, Musik. Ich weiß es nicht viel, aber das eine Prozent, das macht am Ende was aus. Ich war jetzt gestern mit einem Kollegen im Gym gewesen. Das ist das erste Mal tatsächlich für mich, dass ich innerhalb von drei Tagen zweimal im Gym war, seit ultra langer Zeit. Seit super langer Zeit. Und, ähm, wir haben halt gestern Pull Day gemacht und wir hatten vorgestern, äh, vorvorgestern hatten wir, oh, funktioniert das jetzt eigentlich noch? Oh, tatsächlich. Ähm, und davor hatten wir, äh, im Black Day gehabt. Ich war jetzt gerade hier nur am gucken, wie wir das jetzt logistisch hier am besten anstellen. Ähm, weil wir brauchen ja Holz für die nächste, für Truhen auch noch. Zumindest eine, dass wir da die Baumaterialien nochmal reinpacken können hier. Das wollen wir zumindest einfach mal machen. Weil die kann ich da jetzt nämlich nicht neben platzieren, sondern nur da. Und wir packen jetzt hier mal eine ganze Platteradatsch rein. Auf jeden Fall war es dann jetzt halt so, dass ich mir jetzt dann, äh, gedacht hab, ja, okay, komm, machen wir einfach mal. Let's do this. So schlimm kann's schon nicht werden. Ich war halt super lange nicht so regelmäßig im Gym und das hab ich dann auch direkt erfahren müssen, dass das, äh, ja, nicht so geil ist. Nehmen wir mal das mal, dass wir das hier hinten oben legen. Weil, ähm, ja, ich sag's mal so, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir so, what the fuck is going on? Weil, mein, ich kann meinen, also meinen rechten Arm kann ich komplett ausstrecken, aber ich merke, dass ich echt Muskelkater hab. Meinen linken Arm kann ich nicht komplett ausstrecken. Also, ich würd mal sagen, da sind noch so 45 Grad sind da noch übrig, die ich da noch weiter strecken müsste, um ganz auszustrecken. Aber es geht einfach nicht. Der blockiert da und es tut so unfassbar weh. Also, das hab ich so in der Art noch nie gehabt. Und das ist ganz, 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 ganz belastend, weil du willst halt irgendwie was machen jetzt hier heute im Sinne von, äh, Essen und Schlammichtod und so und du kannst es nicht ordentlich machen, weil es so unfassbar weh tut. Also, das ist wirklich, also ich wünsche das keinem und macht es nicht, tut es einfach nicht. Es tut wirklich einfach nur unfassbar weh. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Können wir auch noch rüberpacken. Ich will nicht, glaube ich, dass hier einigermaßen auch nicht anordnen, aber das passt, glaube ich, so schon. Das geht so auch. So, jetzt brauchen wir nochmal Spitzhacken. Zwei Stück. Wobei, wir können es glaube ich sogar noch mehr machen. Ich nehme mal ganz, wir nehmen mal alles mit dir. Das ist ja so schlimm. Erstmal nochmal zwei davon. Eins, zwei. Ich mache diese Eisenspitzhacken. Ich tue die jetzt mal weg, bis wir sie wirklich brauchen werden. Weil momentan sehe ich es noch nicht so ganz. Den. Sehe ich es noch nicht so ganz. Einfach, weil wir nicht genug Eisen haben, um da wirklich zu sagen, okay, wir können das jetzt machen. Wir können jetzt hier wirklich dieses Eisen benutzen. Und das werden wir jetzt auch nochmal gucken in dieser Folge, ob wir uns da vorne einfach nochmal ein bisschen runterbuddeln. Oder ob wir das lassen. Ich überlege, ob wir zumindest den Boden aus Holz machen. Die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Nachdem jetzt das aus dem Ofen verschwunden ist, die eine Kohle, da habe ich das Gefühl, dass mir das öfter passieren wird. Ich werde nicht immer dran denken. Auf jeden Fall, ja, müssen wir einfach mal schauen, dass wir uns dann da runterbauen. Das würde ich dann noch später zu einer Mine einfach umbauen. dass wir da dann halt nicht einfach nur so einen Weg runter haben. Das habe ich aber alles schon erzählt, meine ich. Dann machen wir das dann alles noch so ein bisschen schön, aber irgendwie, dass wir dann mal schauen, dass wir irgendwie noch ein bisschen was rankriegen an Eisen. Weil momentan haben wir halt gar nichts. Gar nichts. Absolut nichts. Mit den sechs Stück, da können wir jetzt halt noch theoretisch zwei Eisenspitzhacken machen. Das war es dann aber auch schon. Also das ist ja wirklich, also da kam ich auch bessere Verwendungsmethoden dafür, sage ich mal. Und dann müssen wir mal gucken wegen der Rüstung. Unsere Rüstung hat ja auch schon richtig ordentlich was abbekommen. Die ist auch schon fast im Arsch. Also allein dafür brauchen wir schon wieder neues Eisen, dass wir die Rüstung wieder ein bisschen aufpäppeln können. Wir haben zwar Leder, aber so eine Lederrüstung ist jetzt auch nicht so das wahre. Die geht ultra schnell kaputt und hilft auch nicht so richtig. Es gab übrigens zwischendurch, das habe ich auch gesehen, es gab zwischendurch, jetzt die Updates haben wir übersprungen, es gab zwischendurch ein oder zwei Updates, wo es tatsächlich Probleme mit dem Schaden gab. Da haben Rüstungen nicht geschützt. Da haben Rüstungen nicht geschützt und auch Mobs haben irgendwie keinen Schaden gemacht oder sowas. Also es war nicht so, dass das zusammen war, sondern es war in unterschiedlichen Versionen. Plötzlich haben die Mobs keinen Schaden mehr gemacht und in der anderen Version war es dann irgendwie so, dass die Rüstung dann nicht mehr geschützt hat. Spannend sage ich dann nur. Wenn du dann mit einer vollen Rüstung rumläufst und du eigentlich aber siehst, dass das gar nichts bringt. Ja, geil.